Oh, das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! Sherman. Mhm. Mein Jagdpanzer ein. Wir erhalten einen Funkbruch. Blüten! Lass du weiter? Wir warten auf ihre Befehle. Es regnet, bekommst du den Hellcat doch. Lotte Lea hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Da war meine Pack mal wieder schneller. Ach, ist mir egal. Ach guck, mein Hellcat. Wo der hinschießt. Was hat da so ein langes Rohr? Ja, geht doch. Bring uns zu dieser Position. So, jetzt geht's aber ab. Äh... Atelregung hier oben rein. Machen wir nicht so nötig Angst. Ich hab's dir doch gesagt. Als ich gemerkt hab, dass du vorgestoßen bist. Als du gemerkt hast. Ich hätte es gesagt, als ich noch da war. Sagt Bescheid, wenn die Dinger aufhören. Bescheid. Okay. Scherbenpanzer gefistet. Ich guck mal, was oben noch so steht. Und schickt ja noch einen für unten. Aber anscheinend steht da gar nichts mehr. Boah. 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 Das gibt's doch nicht. Stopp. Seit wann macht der Heck jetzt so viel Schaden? Ja, ich bring ihn grad... Riecht's nach Nassenhund? Hm? Ich bring ihn grad nur in andere Position. Wusstest du, dass du hier nach Nassenhund... Äh... Einmal Panzerreparatur bitte. Ja, nicht. Was? Wo? Dem. Mach die Luke zu, ich bin klatschnass. Hm, mach die Luke zu, ich bin klatschnass. Nö, kann los. Machen wir so noch weiter auf. Aber ich mach. Schuhe mal die PAK ran. Hast du noch keine verbesserten Reparaturen? So hab ich. Doch. Ist doch ein reparierter Ding. Wir werden rosten. Ja, das werden wir. Wir werden rosten. Ja, das werden wir. Haltest du nicht mal drei Jagdpanzer? Ja, der eine ist mir durch den blöden Hellcat verloren gegangen. Auch nicht schlecht. Wobei ich mich grad äh frage, seit wann ein Hellcat so gut sein kann. Sind alle Jagdpanzer konzipiert. Ja. Können wir auch Jagdpanzer abschießen. Mit 15mm Panzerung. Cool. Oh nein. Pursing. Den krieg ich auch klein. Bereit! Guck, guck. Der fährt erstmal genau an meine Lücke. Ja, der begleitet ihn. Leute, könnt ihr mal... Ja, geht doch. Keine Chance gegen unsere überlegenen Taktiken. Mit ihren Zielern. Also, ich sitz da, Atelier dreht rein mal. Ja, genau in die Basis. Ja, genau in die Basis. Ja, und auch nochmal... Hier. Ja, und mach rein. Hau rein. Ich mach eh erstmal nur DMG in Nesterblatt. Iiiih, Flemmis. Oh, den hat's voll erwischt. Da ist grad ein Panzer rausgefahren. Ich weiß nicht welcher. Ich würd sagen, der darf. Na, würd ich auch mal auf den Tipp einbewegen. Ach, beide schießen erstmal schön daneben. Zweite Chance. Treffer. Tot. Sehr schön. So. Ich glaub's nicht. Dein Panzer überlebt noch. Regen hält doch kein Panzer auf. Denk an eurer Ausbildung. Regen nicht. Matsch hier. Guck dir den Panzer da hinten an. Der wartet schon. Also, wenn das so ist, dann können wir erstmal Arthalerie draufsetzen. Ne, den hau ich weg. Arthalerie. Den hau ich weg. Ich guck grad. Am besten mal schnell Aufklärung. Ich guck grad. Hat der noch irgendwo im Bunkerlein? Am besten mal schnell Aufklärung. Naja, da nicht. Das war's ja schon. Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020